Ich erinnere mich ganz besonders gern an meine Ausbildung in Amerika. Ich war viereinhalb Monate in San Antonio, Texas, habe dort eine Sprachenausbildung bekommen. Danach war ich siebeneinhalb Monate in Chicago, Illinois und habe dort eine Ausbildung auf mein Raketensystem bekommen. Ich würde auf jeden Fall alles so wieder machen, aufgrund dessen, dass ich eben sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Das hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ich habe im technischen Bereich sehr viel gelernt. Es ist tatsächlich so, dass man mit der Marine in der Welt sehr viel rumkommt und es macht sehr viel Spaß. Vielen Dank.